Er ist dort vor ein rosa Cerecea und der hat den Rosen zum Blomsterer Fürst aus Ost. Und der hat eine sehr schöne, enkel, witte Blomst. So man kann sehen hier. Und das, was auch sehr gut ist mit planten, ist, dass sie spezielle Torn entwickeln. Fürst ist sie enkel und röd. Aber später in ein Jahr wird sie sich aus. Und sie wachsen nästan zusammen. Und das ist sehr gut. Fugt ist auch so fint. Sie sind rün und sehr mörker. Und sie sind speziell. Und ich fange zu prüfen und sie schmecken etwas wie Paprika. Und das war zehnmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.